Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von tropisch gesund. Unser Thema heute. Gesünder als jeder Kaffee. Guarana der Muntermacher. Ihr sucht eine bekömmliche und magenfreundliche Alternative zum Kaffee als morgendlichen Muntermacher? Dann wird es Zeit, dass ihr endlich den tropisch gesunden und schonenden Kaffeeersatz Guarana ausprobiert. Seine vielen gesundheitlichen Vorteile zeigen wir euch in diesem Video. Guarana, die Kaffee-Alternative aus dem Amazonas. Die Guarana-Pflanze gehört botanisch gesehen zu den Seifenbaumgewächsen. Die aus dem Amazonasbecken in Südamerika stammende Pflanze wird von der dort ansässigen Urbevölkerung schon seit vielen hundert Jahren als Energiespender und Heilpflanze geschätzt und angewendet. In den europäischen und nordamerikanischen Staaten wird Guarana in Form von Nahrungsergänzungsmitteln für die allgemeine Leistungssteigerung und Anregung angeboten und gilt als gesunde Alternative zu Kaffee. Die immergrüne Guarana-Pflanze wird heute in vielen südamerikanischen Ländern angebaut und sie kann bis zu zwölf Meter hoch werden. Aus ihren Blüten wachsen zwei bis drei Zentimeter große rote Kapselfrüchte, in welchen sich der Guarana-Samen befindet. Ist die Frucht reif, treten die dunklen Samen hervor. Diese Samen sehen aus wie Augen und deshalb wird die Pflanze auch Auge des Waldes genannt. In den USA und Europa wird das gemahlene Pulver der Guarana-Samen aufgrund seiner vielen positiven Eigenschaften in den letzten Jahren immer beliebter. Erhältlich ist es als normales Pulver oder in Kapselform und ist auch in vielen Energydrinks enthalten. Der gesunde Muntermacher Die Samen der Guarana sind stark koffeinhaltig und enthalten fast dreimal so viel Koffein wie herkömmlicher Kaffee. Normaler Kaffee wirkt schneller anregend und aufputschend als Guarana, da dessen Wirkung an Gerbstoffe gebunden ist. Diese Gerbstoffe müssen erst von unserem Körper abgebaut werden, ehe das Koffein freigesetzt wird. Was zur positiven Folge hat, dass die aufputschende Wirkung von Guarana schonender und vor allem langfristiger stattfindet und auch noch bekömmlicher und magenfreundlicher ist. Welche gesunden Vorteile Guarana für euren Körper bietet, zeigen wir euch auf den nächsten Seiten. Mehr geistige und körperliche Leistungsfähigkeit Der Koffeingehalt der Guarana-Samen liegt deutlich höher als bei normalem Tee oder Kaffee. Daher wirkt Guarana anregend auf Körper und Geist. Guarana ist milder und magenfreundlicher als Kaffee und seine aufputschende Wirkung hält länger an. Guarana bewirkt eine gleichmäßigere Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit als bei normalem Tee oder Kaffee und diese anregende Wirkung kann bis zu 6 Stunden anhalten. Guarana für die Gewichtsabnahme Durch seine anregende Wirkung steigert Guarana die Fettverbrennung und unterdrückt aufkommende Heißhungerattacken. So kann euch Guarana bei der Gewichtsabnahme wertvolle Dienste erweisen. Guarana sorgt für gute Laune Das Koffein in der Guarana sorgt für eine positive Stimmung. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Personen nach der Einnahme von Guarana besser gelaunt fühlen und dass ihnen schwierige Aufgaben leichter von der Hand gehen. Weitere Vorteile für eure Gesundheit Guarana ist nicht nur der perfekte Muntermacher, sondern bietet auch viele weitere gesundheitliche Vorteile, die wir hier nur stichwortartig aufführen. Linderung von Magendarm und Verdauungsproblemen Senkung von Fieber und Neutralisieren von Kopfschmerzen Guarana hat harntreibende und entgiftende Funktionen Steigerung der Durchblutung, Erweiterung von Gefäßen und Bronchien Guarana wirkt sexuell anregend und steigert die Lust. Guarana stimuliert unser Herz und steigert Konzentration und Leistung. Die Dosierung von Guarana Guarana ist koffeinhaltig, weshalb Kinder, Schwangere und koffeinempfindliche Personen es nicht verwenden sollten. Bei einer Überdosierung kann es aufgrund des hohen Koffeingehalts zu Herzrasen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Reizbarkeit kommen. Deshalb sollte die Tagesdosis von 3 bis 5 Gramm, also ca. 1 bis 1,5 Teelöffel Guarana-Pulver, nicht überschritten werden. So, das war's für heute mit den gesundheitlichen Vorteilen des Muntermachers Guarana. Hat Euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal und Ihr erhaltet immer die neuesten Videos von tropisch gesund. Im Textbereich unterhalb dieses Videos findet Ihr wie immer ein paar interessante Links, passend zum heutigen Thema und rund um ein tropisch gesundes Leben. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund, bis zum nächsten Video, wir freuen uns auf Euch!